Mein Name ist Wolfgang Reichertz. Wir stehen hier vor unserem neuen Kompetenzzentrum. Es ist quasi die Offline-Variante. Die Online-Variante präsentiere ich Ihnen gleich. Bitte einfach kurz folgen. Wenn der Kunde hier reinkommt, soll er gleich mitbekommen, der Reichert, der kann es, der hat es drauf auf gut Deutsch, der soll Vertrauen zu uns fassen und der soll es einfach spüren, dass er gut aufgehoben ist bei der Firma Reichertz. Die Firmen-Homepage ist quasi ein Entree. Da soll der Kunde einfach das Know-how spüren. Der soll spüren, wie ist der Wolfgang Reichertz drauf? Was ist das Unternehmen? Was macht das Unternehmen aus? Das ist der Hauptpunkt. Wir haben natürlich dann auch unsere Landingpages. Da holen wir den Kunden mit seinen Fragen ab. Da werden ganz gezielt ganz bestimmte Themen hochgeladen über die Landingpage. Als Beispiel Pelletheizung oder auch Brennstoffzelle. Und genau eben diese Fragen werden dort auf dieser Landingpage beantwortet. Genau mit diesen Themen, die dieser Kunde hat. Und natürlich gibt es ja noch eine Ausbaustufe. Lassen wir uns das mit den weiteren Themen auseinandersetzen. Meinetwegen auch mit Solar oder auch nochmal die Badsanierung wollen wir nochmal aufgreifen. Das sind weitere Punkte, die noch mit rein spielen sollen oder die in der Zukunft auch geplant sind. Also hier haben wir zum einen die Landingpage von der Brennstoffzelle. Und man sieht das hier. Das ist ein Video aufgenommen. Und das sind halt Fragen, die natürlich der Kunde auch hat. Die sind hier mal schriftlich fixiert, dass man es auch mal so lesen kann über die Landingpage. Und genau diese Fragen werden dann in dem Video von mir beantwortet. Und natürlich ist es sinnvoll oder ist unser Wunsch, wenn der Kunde sagt, okay, das ist interessant. Meine Fragen wurden soweit mal beantwortet. Und dann ist es natürlich zielführend, wo wir hinkommen wollen, dass der Kunde hier auch eine Beratungsanfrage uns zukommen lassen kann. Das heißt, er kann sich selber seinen Termin mit mir auswählen. Telefonat oder Zoom-Videokonferenz oder was auch immer. Das kann er selber bestimmen, der Kunde. Da geht es um die Heizungsanlage als solches. So ein bisschen allgemein auch gehalten. Was habe ich für Möglichkeiten? Auch diese banale Fragen, wie lange dauert die überhaupt eine Heizungsanierung? Das sind ja immer diese wiederkehrenden Fragen, die der Kunde auch letzten Endes hat. Wird wie gesagt in dem kurzen Video dem Kunden deutlich rübergebracht, in Wort und Bild. Und dann natürlich hat er immer wieder auch überall die Möglichkeit einen Termin zu sichern und wird dann genau gleich in meinen Kalender eingetragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.